Jeder Körper, der eine Temperatur hat, also alle, strahlt Energie ab. Wie viel Energie strahlt unsere Sonne ab und wie viel davon kommt bei uns auf der Erde an? Wie viel Energie strahlt eigentlich die Erde in den Weltraum ab? Und welche Oberflächentemperatur hat unsere Sonne? Derartige und ähnliche Fragen können von dem Stefan-Boltzmann-Gesetz beantwortet werden. Dieses Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen der Temperatur T eines Körpers und seiner abgestrahlten Leistung P. Auch die Oberfläche A des Körpers beeinflusst die abgestrahlte Leistung. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz lautet P ist gleich Sigma mal A mal T hoch 4. Hierbei ist Sigma die Stefan-Boltzmann-Konstante mit dem Wert 5,67 mal 10 hoch minus 8 Joule pro Meter Quadrat mal Kelvin hoch 4 mal Sekunde. Das ist eine Konstante, die einen exakten Wert hat, der nur von anderen Naturkonstanten abhängt, nämlich von der Boltzmann-Konstante, von der Planck-Konstante und von der Lichtgeschwindigkeit. Was ist genau die Strahlungsleistung P? Sie gibt an, wie viel Energie pro Sekunde die Oberfläche des Körpers abstrahlt. Die Einheit der Strahlungsleistung ist Watt oder Joule pro Sekunde. Außerdem gilt das Stefan-Boltzmann-Gesetz nur für sogenannte schwarze Körper oder Körper, die einem schwarzen Körper nahe kommen. Die Bezeichnung schwarz hat jedoch nichts mit der Farbe des Körpers zu tun. Die Sonne ist beispielsweise ein annähernd schwarzer Körper, obwohl sie, wie du weißt, nicht schwarz ist. Ein schwarzer Körper absorbiert die gesamte Strahlung, die auf ihn trifft. Er reflektiert keine Strahlung und lässt auch keine Strahlung durch. Am Stefan-Boltzmann-Gesetz kannst du sehen, wie stark die abgestrahlte Energie von der Temperatur abhängt. Verdopplung der Oberflächentemperatur der Sonne würde dazu führen, dass auf der Erde das 16-fache an Sonnenenergie ankommen würde. Machen wir ein Beispiel, wie man mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz die Temperatur der Sonne bestimmt. Aus der bei uns ankommenden Energie der Sonne können wir auf die gesamte emittierte Energie der Sonne schließen. Die Sonne emittiert eine Leistung von 3,8 mal 10 hoch 26 Joule pro Sekunde. Der Radius der Sonne beträgt 6,96 mal 10 hoch 8 Meter. Nehmen wir an, dass die Sonne nicht flach, sondern kugelförmig ist. Daher können wir die Formel für die Oberfläche einer Kugel verwenden, um die Oberfläche der Sonne zu bestimmen. A ist gleich 4πr². Formen wir das Stefan-Boltzmann-Gesetz nach der Temperatur T um und setzen die Flächenformel ein. Wenn wir nun die Strahlungsleistung, die Stefan-Boltzmann-Konstante, sowie den Sonnenradius einsetzen, bekommen wir 5760 Kelvin als Oberflächentemperatur der Sonne heraus. Das entspricht 6033 Grad Celsius.